BEEP – Backplane Ethernet Extension Protocol TURKS Backplane Ethernet Extension Protocol, kurz BEEP genannt, ist in vielen Multiprotokoll-Block-IO-Modulen von TURK integriert. Darunter die Block-IO-Module der Reihen TBEN-L und TBEN-S sowie die FEN-20-Module. Das Hinzufügen von Verbindungen zu einem bereits vollständigen Steuerungsnetzwerk kann teuer und zeitaufwendig sein. Durch die Reduzierung der IP-Adressen kann der Anwender I.O.-Netzwerke mit hoher Dichte im Handumdrehen auch an kostengünstige Steuerungen anbinden. BEEP ermöglicht es, Netzwerke mit bis zu 33 Modulen, bestehend aus einem Master und 32 Slaves, oder bis zu 480 Byte Daten über eine einzige IP-Adresse in Profinet, Ethernet-IP und Modbus-TCP-Netzen an die SPS anzubinden. Über den integrierten Web-Server definiert der Anwender das erste Gerät in der Leitung als BEEP-Master. Der Master scannt das angeschlossene Netzwerk und konfiguriert automatisch die Datenzuordnung zu allen angeschlossenen Modulen. BEEP unterstützt den Austausch von Modulen durch einfaches Drop-In. Das reduziert Ausfallzeiten und somit auch die Gesamtkosten. In einem BEEP-Netzwerk kann der Techniker das alte Modul einfach durch ein neues Modul ersetzen, um das System online zu halten. Der BEEP-Master erkennt das neue Gerät automatisch und stellt die erforderlichen Parameter bereit. BEEP ermöglicht neue Wege beim Aufbau von Ethernet-Netzwerken. Willkommen in der Zukunft der Block.IOs! BEEP-Master